Eintracht Braunschweig behält den Aufwärtstrend bei, gewinnt das zweite Spiel in Folge und ist jetzt seit sechs Spielen in Folge ungeschlagen, ist auf Tabellenplatz 10, ist von den Abstiegsplätzen erstmal ein bisschen wieder weg und das war heute wieder eine solide Leistung im Ost-Duell, muss man ja sagen. Magdeburg eigentlich relativ gut zu Hause, aber Braunschweig hat das heute besser gemacht. Halbzeit zwar noch 0 zu 0, das war auch sehr, sehr ausgeglichen, Magdeburg hatte auch mehr Ballbesitz, aber ich würde sagen, mit dem Ball war Braunschweig besser, auch was die Chancen anging. Deswegen finde ich schon, dass es verdient ist, wenn man sich allerdings mal ansieht, wie viel Braunschweig vom Spiel hatte und wie viel Magdeburg vom Spiel hatte, da muss man doch schon sagen, dass Braunschweig das viel, viel effizienter gemacht hat als Magdeburg und wenn man halt kein Tor schießt, kann man auch nicht gewinnen, das muss man ganz klar zu Magdeburg sagen. Und in der 51. ist das Ganze natürlich noch schlimmer für Magdeburg gekommen, weil das war ein Eigentor durch Kondé, was natürlich umso bitterer ist und da muss man natürlich hinten aufmachen, muss versuchen, das 1 zu 1 zu machen. Wir sind halt in den Konter gelaufen und Henning, 90 plus 5, hat das super gemacht mit dem 0 zu 2 und das war dann natürlich die Entscheidung für Braunschweig. Also was die im Moment spielen, wenn man mal bedenkt, wie der Saisonstart war, ganz, ganz stark, super viele Punkte geholt. Hoffentlich können sie das beibehalten, aber im Moment spielen sie eine ganz, ganz starke Saison. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben, da lassen wir ihn nicht vergessen. Wir hören uns beim nächsten Mal und ciao.